so leben auf youtube version sowieso sowieso morgen kommt der elektriker jetzt muss ich den schrank leer räumen weil dahinter die steckdose ist muss ich jetzt abräumen abrücken dasselbe dann noch mal mit der waschmaschine und wer hinter den herd kommen will um die stark stromleitung zu kontrollieren keine ahnung muss er halt mal selber gucken und ja ich bin jetzt fleißig dabei mal wieder rum zu räumen und schau dir mal irgendwie jetzt so immer so ein ja gut also leben auf youtube nochmal gespannt und dann schauen wir mal weiter bis dann